Vielleicht überlegst du dich selbstständig zu machen oder möchtest neben deinem Hauptberuf ein Nebengewerbe gründen? Hierzu gibt es verschiedene Arten und Möglichkeiten, aber auch Vor- und Nachteile ein Gewerbe zu starten. In diesem Video schauen wir uns die beliebteste und einfachste Rechtsform an, das Einzelunternehmen. Ich wünsche dir viel Spaß dabei, bleib bis zum Schluss dabei. Und damit willkommen zu einem weiteren Video auf diesem Kanal. Ich bin's wieder, euer Alex und es freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt und dabei seid. Wie angekündigt, wollen wir uns heute mal anschauen, wie wir ein Einzelunternehmen gründen möchten. Wenn du neu dabei bist und gerne gewerblich oder nebengewerblich neben deinem Beruf das Ganze machen möchtest, dann bist du hier genau richtig. Wir gehen heute mal ein bisschen tiefer in dieses Thema an. Ich zeige euch das Wesentliche zum Einzelunternehmen, aber auch die Schritt-für-Schritt-Anleitung, wie einfach und simpel ihr euer Einzelunternehmen gründen könnt, um gewerblich loszulegen. Und falls du neu dabei bist auf diesem Kanal und dich interessiert das gewerbliche Verkaufen, Online-Handel auf den Marktplätzen wie Amazon und Ebay, alles rund um E-Commerce und viele weitere Themen, dann lass auch ein Abo da, drück die Glocke, so verpasst du dann auch kein weiteres Video mehr. Und wenn dir dieser kostenlose Content so gefällt und du mehr davon sehen möchtest, auch gerne einen Daumen nach oben. Das motiviert mich hier und lässt uns als Community wachsen, um uns gegenseitig zu unterstützen. So, lass uns mal das Inhaltsverzeichnis anschauen und hier schon mal vorab, falls du Fragen hast zu irgendwelchen Themen, die dir ein bisschen unklar erscheinen, da gerne die Kommentarfunktion nutzen. Ich gehe so schnell wie möglich darauf ein. Vielleicht helfen dir auch andere Zuschauer, die da ein bisschen tiefer schon sind, aber in den meisten Fällen wird es hier jemand sein, der gerade neu startet. Ich habe bereits schon ein Video auf diesem Kanal, was fünf Jahre alt ist, deswegen ist es wirklich an der Zeit, eine Aktualisierung hier vorzunehmen und dementsprechend habe ich den Inhalt auch wie folgt gegliedert. Das siehst du hier. Wir schauen uns mal einmal das Wesentliche zu einem Einzelunternehmen an, dann wann lohnt sich ein Einzelunternehmen überhaupt zu gründen, in welchen Fällen ein Einzelunternehmen als Nebengewerbe. Da schauen wir uns auch Besonderheiten an zu deinem Hauptjob oder auch vielleicht zu anderen Konstellationen. Dann Gründung in sechs Schritten, da wirst du vieles schon erfahren. Voraussetzungen und Anforderungen natürlich nicht zu vergessen. Kleinunternehmerregelungen wird viele von euch interessieren, wo ihr umsatzsteuerfrei auch auf den Rechnungen eure Waren oder Dienstleistungen anbieten könnt. Übersicht der Kosten. Wir gucken uns die Gründungskosten, aber auch steuerliche Aspekte und Kosten, die auf euch zukommen als Einzelunternehmer. Und zu guter Letzt gucken wir uns auch die Vor- und Nachteile an. Wenn du hier zwischenspringen möchtest, dich interessiert zum Beispiel nur die Gründung in sechs Schritten, dann kannst du hier in der Timeline switchen und direkt zu dem jeweiligen Punkt kommen. Beginnen wir mit dem ersten Teil, dem Wesentlichen zu einem Einzelunternehmen. Und hier kannst du das Ganze für dich schon mal sehen. Ein Einzelunternehmen kann nur von einer natürlichen Person gegründet werden. Bedeutet, wenn du mit einem Freund zusammen irgendwie einen Handel, Online-Handel gründen möchtest, jetzt als Beispiel, dann geht das nicht. Du kannst nur alleine, deswegen sagt der Name ist ja schon Einzelunternehmen, eine einzelne Person und diese auch eine natürliche Person, also auch keine Verein oder Gemeinschaft. Da gibt es andere Rechtsformen, wie zum Beispiel eine GbR, wo du dann mit einem Freund zusammen etwas gründen kannst, was auch relativ simpel und hier das Pardon quasi zu dem Einzelunternehmen sein kann. Mögliche Rechtsformen für Einzelunternehmen sind zum Beispiel auch für Freiberufler, das Kleingewerbe oder auch eingetragene Kaufleute. Hier werden wir uns insbesondere mit dem Kleingewerbe beschäftigen. Je nach Art und Einzelunternehmen gelten natürlich auch unterschiedliche und rechtliche, aber auch steuerliche Vorgaben. Wann lohnt sich überhaupt ein Einzelunternehmen? Oder passt vielleicht eine andere Rechtsform eher zu mir? In dem Falle beim Einzelunternehmen, wie wir es schon gesagt haben, wenn du alleine ein Geschäft starten möchtest und auch Wert auf einfache Gründungs- und Verwaltungsprozesse legst. Bei einem Einzelunternehmen kann es zum Beispiel ein Startup sein, Online-Händler, wie ich das zum Beispiel hier mache, auf diesem Kanal Influencer oder auch ein Dienstleister mit einem geringen Startkapital und überschaubarem Haftungsrisiko. Was Haftungsrisiko angeht, schauen wir uns nachher bei den Vor- und Nachteilen auch noch weiter an. Einzelunternehmen als Nebengewerbe. Wenn du zum Beispiel irgendwo voll angestellt bist, Vollzeit arbeitest und gerne nochmal nebengewerblich was dazu verdienen möchtest, dann ist das natürlich möglich, aber ist mit ein paar Voraussetzungen geknüpft. Und zwar musst du es erstens bei deinem Arbeitgeber anmelden. Der muss darüber Bescheid wissen, was du machst, weil vielleicht nimmst du ihm die Kunden weg und willst da so ein bisschen das Gleiche nebenbei aufbauen. Dann wird es der Arbeitgeber vielleicht verhindern wollen, beziehungsweise ist das Ganze schon bei euch vertraglich auch geregelt. Dann darf es nicht mehr als 20 Stunden pro Woche in Anspruch nehmen. In vielen Fällen wird es nicht möglich sein, das Ganze auch zu kontrollieren. Wichtig ist in den meisten Fällen ist einfach nur, dass deine Gewerblichkeit oder Nebengewerblichkeit nicht deinen Hauptberuf belastet, sowohl körperlich, aber auch zeitlich. Auch musst du gegebenenfalls dein Nebengewerbe bei der Krankenkasse mit anmelden, denn ab gewissen Summen und Aufwendungen muss die Krankenkasse auch darüber Bescheid wissen. Also ich würde es direkt schon mal machen, bevor da große Nachzahlungen kommen oder auch Strafen. Denn auch hiernach wird sich der Krankenkassenbeitrag regeln, denn du bist bei deinem Vollzeitjob voll versichert, krankenversichert, aber auch sozialversichert. Und wenn du noch gewerblich viel Geld verdienst und teilweise verdienen Leute im Nebengewerbe mehr als in ihrem Hauptberuf, dann möchte das die Krankenkasse auch wissen und hier eine Anpassung vornehmen deiner Beiträge. Was viele auch nicht wissen, ein Nebengewerbe kann auch zum Arbeitslosengeld, wenn du zum Beispiel arbeitssuchend bist, kannst du ein Nebengewerbe eröffnen und hier das nebenbei betreiben. Hierzu gibt es aber auch Vorgaben, wie viel das sein darf und auch welchen Zeitaufwand du dafür nehmen darfst. Da informiere dich bitte. Gründung in sechs Schritten. Vielleicht kann man das sogar abkürzen in vier Schritten, denn nicht jeder Schritt ist für jeden notwendig. Und hier geht das Ganze mit einer Geschäftsidee los. Du musst wissen, was möchtest du überhaupt machen? Wenn du eine Idee hast, irgendwie ein eigenes Lokal zu eröffnen, ein Restaurant oder sein Friseursalon, ja, dann ist das cool. Und dazu solltest du dann auch einen Businessplan schreiben, dass du weißt, okay, wird sich das rentieren oder nicht? Oder brauche ich vielleicht noch externe Geldgeber, Finanzierungen? Auch dann bist du mit einem Businessplan gut ausgestattet und kannst dann bei der Bank vielleicht eine Finanzierung fordern. Aber vielleicht möchtest du einfach Online-Händler werden, dann geht das relativ simpel, auch ohne Businessplan. Dann ist deine Geschäftsidee einfach Waren kaufen und verkaufen, wie ich das auf diesem Kanal mache, was relativ gut funktioniert. Und das musst du für dich natürlich entscheiden. Als nächstes ein Geschäftskonto eröffnen, was auch sehr wichtig ist, denn hier kannst du direkt privat vom Gewerblichen unterscheiden und trennen und kannst alle Belege dann auch vereinfacht buchen, ohne da irgendwie was rauszusuchen und zwischen den Privaten suchen zu müssen. Das lohnt sich in jedem Fall. Als nächstes geht es an die Gewerbeanmeldung. In vielen Städten kannst du das Ganze schon online machen und musst nicht extra zum Gewerbeamt, um etwas zu beantragen mit Terminen, Wartezeit und dies und das. Alles sehr simpel online machbar teilweise. Und hier musst du natürlich auch wissen und dich vorbereiten, was will ich überhaupt machen? Dann musst du deine Tätigkeitsbereiche auch definieren. Wenn du auch Onlinehandel machen möchtest, dann musst du auch direkt die Kategorien bzw. die Warengruppen angeben, was möchtest du überhaupt verkaufen. Denn auch das ist an verschiedene Vorgaben und Rechte geknüpft. Deshalb mach dir da vorher Gedanken. Und als nächstes folgt schon das Einzelunternehmen beim Finanzamt anmelden. Das funktioniert über einen Steuererfassungsbogen, wo du dann direkt auch deine Zahlen eintippst, mit welchen Gewinnen, mit welchen Umsätzen rechnest du, damit dich das Finanzamt auch ein bisschen zuordnen kann, wie sie dich besteuern. Auch da hast du die Möglichkeit, eine Kleinunternehmerregelung festzulegen direkt, wozu wir ein bisschen später noch kommen. Als nächstes hast du aber auch die Möglichkeit, dich bei einer Berufsgenossenschaft, IHK oder HWK anzumelden. Das ist nicht in jedem Fall notwendig. In vielen Fällen ist es dann erst notwendig, wenn du einen gewissen Umsatz überschritten hast oder bereits Plans zu erreichen. Oder auch, wenn du zum Beispiel Angestellte hast, die du dann in deinem Unternehmen beschäftigen wirst. Auch die Anmeldung bei der Agentur für Arbeit ist in dem Falle nur für Unternehmen, die mit Personal arbeiten möchten. Kommen wir zu den Voraussetzungen und Anforderungen. So, erstens Gewerbeanmeldung. Das musst du bei deinem zuständigen Gewerbeamt, wie bereits schon gesagt, durchführen und musst hier deine gewerbliche Tätigkeit angeben. Die Steuernummer beantragst du beim Finanzamt über den Steuererfassungsbogen. Wie bereits gesagt, wird dir eine Steuernummer mitgeteilt für das Einzelunternehmen. Aber auch die Steueridentifikationsnummer kannst du separat beantragen. Hier wird die auch oft gebraucht und teilweise auf verschiedenen Seiten oder Großhändlern, vor allem auch im Ausland, wenn du einkaufen möchtest und das steuerfrei, dann brauchst du eine Umsatzsteueridentifikationsnummer. Auch die solltest du beantragen. Geschäftskonto haben wir auch schon gesagt, dass du da ein Konto eröffnen kannst. Ich habe dazu bereits schon mal ein Video gemacht, falls du es sehen möchtest, gerne oben in der Infobox oder unten in der Videobeschreibung. Da kannst du mal einen Vergleich für dich machen. Es gibt viele kostenlose Geschäftskonten, die überhaupt nichts kosten, die du nutzen kannst, aber auch Geschäftskonten mit kleinen Beiträgen. Rechne das für dich aus, was es für dich sich mehr lohnt. Buchhaltungssysteme, auch hier solltest du dir direkt schon mal Gedanken machen, bevor du die ersten Verkäufe tätigst und dann schon Rechnungen schreiben musst. Dazu habe ich auch bereits Videos gemacht. Schaust dir auch hier oben in der Infobox oder unten in der Videobeschreibung an, welche Software für dich hier optimal wäre. Wenn du mit Marktplätzen wie Amazon und Ebay arbeiten möchtest, sind Software und Buchungssysteme ideal, die direkt die ganzen Bestellungen in die Software übermitteln und exportieren. Und so kannst du direkt die Rechnungen und Bestellungen überarbeiten und Rechnungen erstellen. Abhängig von der Tätigkeit solltest du dir aber auch um Versicherungen Gedanken machen. Hier eine Betriebshaftpflicht zum Beispiel wäre relevant, wenn man irgendwelche Tätigkeiten macht, die vielleicht auch zu Problemen führen können, auch mit Mitarbeitern und vieles mehr. Darüber solltest du dir auch Gedanken machen. Ja, die Kleinunternehmerregelung möchten viele in Anspruch nehmen, vor allem wenn sie gerade Fuß fassen in die Gewerblichkeit oder Nebengewerblichkeit. Und die vereinfacht das Ganze für viele natürlich, weil sie keine Umsatzsteuer abführen müssen. Aber hier gibt es auch Grenzen, schauen wir uns gleich an. Nochmal kurz gesagt ist zu dem Unterschied, es gibt das Kleingewerbe. Das bedeutet, du hältst dich bis zu einem gewissen Umsatz auf und bist dann dementsprechend ein Kleingewerbetreibender. Und die Kleinunternehmerregelung ist dann eine Regelung nach § 19 Umsatzsteuergesetz, die dir erlaubt, auf deinen Rechnungen keine Umsatzsteuer ausweisen zu müssen. Welche Grenzen gibt es hier? Erstmal gesagt ist das Ganze auch für Freiberufler, Unternehmer und Selbstständige zu nutzen und kann das natürlich in Anspruch genommen werden. Aber nur dann, wenn der Umsatz im aktuellen Jahr nicht über 22.000 Euro kommt und im Folgejahr voraussichtlich nicht über 50.000 Euro. Was bedeutet es? Das bedeutet, wenn du jetzt mitten im Jahr anfängst, ist es natürlich nicht 22.000 Euro von August bis Dezember. Nee, das ist dann anteilig. Dann musst du 22 durch 12 rechnen und dann ist das dein jeweiliges monatliches Budget oder Umsatz, den du erreichen darfst. So und wichtig auch, dass du nicht im Folgejahr über 50.000 Euro kommst. Das kann man schon leicht abschätzen, wenn man in dem jeweiligen Jahr schon mal Umsätze erwirtschaftet hat. Und so kann man rechnen, okay, wenn das stetig steigt, komme ich dann über 50.000 Euro oder nicht, weil sonst müsstest du dich direkt umsatzsteuerpflichtig melden. Wenn das aber zutrifft, kannst du natürlich die Kleinunternehmerregelung in Anspruch nehmen. Das kannst du auch bei dem Steuerfassungsbogen, was du beim Finanzamt einreichst, direkt mit ankreuzen, sodass die dich auch in der Kleinunternehmerregelung einstufen können. Als kleine Anmerkung solltest du natürlich wissen, wenn du die Kleinunternehmerregelung in Anspruch nimmst, solltest du das auch auf deinen Rechnungen darauf hinweisen, dass keine Umsatzsteuer abgeführt wird. Dazu habe ich auch bereits ein Video gemacht, schaust dir gerne auch unten in der Videobeschreibung an. Mit welchen Kosten muss ich rechnen? Und hier schauen wir uns einmal die Gründungskosten an. Für die Gewerbeanmeldung sind es zwischen 20 und 60 Euro, mit denen du hier rechnen musst. Je nach Land und Kommune, wie das auch geregelt wird, unterscheiden sich die Preise. Eine Steuerberatung kann 100 bis 500 Euro in Anspruch nehmen, ist jedoch aber optional. Bei einem Einzelunternehmen kannst du bei gewissen Umsatzgrenzen natürlich die ganz normale Einnahmeüberschussrechnung machen, kurz EÜR. Dazu kannst du dir auch gerne im Internet was raussuchen. Ansonsten findest du auch hier ein Video dazu in der Videobeschreibung, wie du einfach für dich auch Buchhaltung führen kannst. Wenn du bereits aber schon einen Steuerberater hast, kannst du natürlich das Ganze auch an ihn abgeben. Geschäftskontos, auch das habe ich schon mal gesagt. Dazu habe ich bereits ein Video gemacht, wo du kostenlose Konten hast, also mit Null monatlich rechnen musst. Aber bis zu 50 Euro und mehr. Es kommt natürlich dann auf die Buchungen an, auf das Paket, welches Services du nutzt und vieles mehr. Falls du einen Online-Shop gründen möchtest oder eine Online-Präsenz, hast du hier auch Kosten von Domain oder Hosting von 5 bis 50 Euro im Monat. Kann aber auch hier unterscheiden. Das sind nur Pauschalbeträge. Steuern, die in einem Einzelunternehmen vorkommen oder vorkommen können. Die Einkommenssteuer, eine ganz normale, reguläre Steuer, die auch jeder Arbeitnehmer bezahlen muss, ist natürlich auch im Gewerbetreiben, denn spielt eine wichtige Rolle. Hier muss natürlich der Gewinn versteuert werden und der ist natürlich progressiv, der Steuersatz hierfür. Umso mehr Gewinn du machst, umso mehr Steuern wirst du auch abführen müssen. Die Umsatzsteuer oder auch Mehrwertsteuer genannt, muss in der Regel mit 19% Umsatzsteuer auf den Rechnungen aufgeschlagen werden, beziehungsweise wird den Vorsteuer gegengerechnet, was du als Einkaufsrechnungen nutzt. Die bekommst du wieder. Außer du nutzt die Kleinunternehmerregelung, dann gilt das für dich natürlich nicht. Gewerbesteuer wird beim Finanzamt auch gezahlt, aber erst ab einem Betrag von über 24.500 Euro. Darunter wird dann keine Gewerbesteuer angesetzt. Buchführungspflicht ist natürlich im Einzelunternehmen vereinfacht dargestellt, mit einer Einnahmenüberschussrechnung möglich. Aber solltest du einen Umsatz über 600.000 Euro pro Jahr wirtschaften und 60.000 Euro gewinnen, dann bist du hier verpflichtet, eine bilanzielle Buchführung zu führen, mit einer Gewinn- und Verlustrechnung und so weiter. Das wird auch dein Steuerberater machen müssen in dem Falle. Das darfst du als Privatperson so nicht machen. Das ist dann von Nöten. Da solltest du auf jeden Fall diese Grenzen im Blick behalten. Und zu guter Letzt die Vor- und Nachteile in einem Einzelunternehmen. Kommen wir erstmal zu den Vorteilen. Es ist wie gesagt eine einfache Gründung möglich, ohne Notar, ohne irgendwelche großen Investitionen. Hier auch bei der Gründung, du hast volle Kontrolle über dein Einzelunternehmen, weil du als Einzelperson auch voll verantwortlich dafür bist. Kannst du natürlich alle Bestimmungen und Regeln selbst festlegen, aber solltest dich trotzdem an das bürgerliche Gesetzbuch halten, denn danach richtet sich das Einzelunternehmen. Geringfügige Gründungskosten. Ja, haben wir schon gesehen. Es ist wirklich überschaubar. Ja, Flexibilität hast du hier. Du kannst mit dem Geld selbst variieren, wie du damit umgehst. Du kannst von Privat dir Geld einzahlen und dafür neue Waren kaufen oder Investitionen tätigen. Das ist dir überlassen. Und die einfache Buchführung, wie gerade schon angesprochen, eine Einnahmeüberschussrechnung ist relativ simpel gemacht. Solltest du aber über die Grenzen kommen, halte die im Hintergrund, dass du dann bilanzieren musst. Ja, die Nachteile sind eine beschränkte Haftung. Klingt erstmal verwirrend, was genau ist damit gemeint. Du kennst sicherlich GmbH oder andere haftungsbeschränkte Rechtsformen, wo nur das Kapital, was eingezahlt wurde, auch damit gehaftet wird. Im Falle zum Beispiel einer Abmahnung oder von einem Rechtsstreit. Wenn du zum Beispiel mit einer Marke ein Problem bekommst und die mahnen dich ab in mehreren 10.000 Euro, dann ist es beim Einzelunternehmen so, dass du dann auch mit deinem Privatvermögen haften musst. Das heißt, auch in dem Falle musst du das im Hinterkopf behalten und hier keine großen Risiken eingehen, wo es dir teuer zu stehen kommen kann. Schwierigere Finanzierung, zum Beispiel bei Bankkrediten, die geben natürlich einer GmbH relativ schneller einen Kredit als einem Einzelunternehmen. Es sei denn, du kannst über Jahre, meistens sind das die letzten drei Jahre, die sie sich anschauen, gute Nachweise liefern mit Bilanzauszügen oder Buchhalterischen Auszügen, wo du dann zeigen kannst, okay, ich möchte einen Kredit und ich kann viel Geld nachweisen. Und Skalierungsprobleme, in dem Falle, ja, falls du mal eine Rechtsform ändern möchtest, weil es aus steuerlichen Gründen relativ attraktiver scheint als ein Einzelunternehmen, dann hast du hier ein bisschen schwierigeren Rechtsformwechsel, aber auch das sollte problemlos gehen. In meinem Fall habe ich irgendwann auch von einem Einzelunternehmen zu einer Kapitalgesellschaft das Ganze gewechselt und mein Einzelunternehmen dementsprechend aufgelöst. Soweit zu dem Thema Einzelunternehmen. Falls du noch weiterhin Fragen hast, gerne die Kommentarfunktion nutzen. Ansonsten freue ich mich, wenn du den Kanal abonnierst und beim nächsten Video dabei bist. Viel Erfolg dir weiterhin beim Kaufen und Verkaufen und viel Spaß.